ja hallo alexander schumann hier herzlich willkommen zur neuen vlog ausgabe und zwar sicher aufgefallen ist habe ich hier eine kleine verletzung und das möchte ich kurz erzählen ich habe eine katze namens willi und wir haben einen hund namens tommy und immer wenn der tommy in meine wohnung geht dann springt der willi auf den schrank der neben einem bett steht das ist nicht schlimm aber irgendwann springt er wieder runter und wenn ich dann noch im bett liege dann springt er mal auf ins gesicht quasi sozusagen ja deswegen hier der kleine kratzer und ja habt ihr schon verletzungen durch eure haustiere davon getragen weil das passiert ja öfters also dass mal ein hund irgendwie beißt oder so oder ja würde mich freuen über die kommentare und bis morgen danke tschüss